Und willkommen, wir gehen weiter in den Bonusrunden der östlichen Kobaltplateaus, dieses Mal die Runde 4. Ja, wir können weiterhin Kobalt gewinnen, na klasse. Das Zeug hängt mir langsam echt schon aus dem Hals raus. Ich hoffe, das können wir mal irgendwann hier verbauen oder für irgendwas benutzen. Gut, was bekommen wir für Gegner? Hm, okay, eine guten Gruppe. Der Einzige, der ein bisschen Schaden macht, ist er da hinten. Deswegen würde ich sagen, irgendwie immer auch als erstes hier ein bisschen. Und anderes, zack. Wir können gar nichts. Zack. Okay, schauen wir mal, ob wir ihn mit einem Schaden noch umbringen. Ne, liegt nicht ganz. Mathilde, mach bitte der Rest. Auch nicht. Okay, noch mal schilden. Zwei. Drei. Vier. So, jetzt können wir ihn hier umhauen. Einmal. Er auf ihn. Und jetzt ist es schön. Die Geräusche von dem sind ja echt so ein Schlein. Aber mit dem... Einmal hier und... Ja, jetzt können wir auch noch mal ein bisschen Chilly kommen. Ja, jetzt sollten wir Mathilde allerdings mal kurz zum Heim ein bisschen einsetzen. Wir können schilden. Und... Schau mal, es läuft hier nicht um. Okay, jetzt macht hier nichts. Mathilde, nein. Er kann schilden. Und ihm geben wir die große Chilly. Ah, noch einer hat überlebt. Oh, nicht. Einmal. Einmal vier. Und eins. Okay. Dann würde ich sagen, erst mal die Jungs hier. Hier ein bisschen. Der andere macht ja uns eigentlich das Leben nicht besonders schwer. Oder sollte uns das nicht schwer machen. Da reicht, dass wir aber nur noch einschilden. So, und dann auch ein paar Donnen. So, nächster Angriff. Jetzt auf keinen Fall Schilden vergessen. Das ist mir auch schon mal eine Runde passiert. Einmal drauf. So, hier kann man sich hier kommen. Ich habe den Rücken noch ein bisschen anzuhauen. Ah, ganz knapp. Okay, das geht schon ziemlich stark rein. Okay, wir machen jetzt die große Explosion. Also, da hätten wir ja auch die 300 schön machen können. Aber jetzt können wir voll in den Kampf gehen. Okay, Mathilde kriegt dann eine nächste Runde ab. Dann können wir so ziemlich mal hochheilen. So, wir geben mal direkt den Angriff. Zack. Oh, der haut richtig rein. Einmal. Einmal. Dreimal. Demnächst sollten wir dann die Chili wieder bekommen. Und jetzt ist er verfügbar. Aber dafür können wir ihn jetzt umhauen. Wir machen einmal die große Heilung. Jetzt kriegt er seinen Masterangriff. 300 Schaden rein. Und wir kommen in die nächste Zwischenrunde. Ah, noch einmal kleine. Der Rote ist natürlich praktisch, weil der befiehlt immer den anderen, wo sie angreifen sollten. Das heißt, wir können uns auf die Kleinen konzentrieren. 29 Schaden. 2 x 22. Das heißt, wir sollten die zuwisch machen. Gut. Einmal Hau drauf. Bomben vergeben. Einmal Kürben. Und einmal auf die 2. Okay, sie wollen alle den Schwarzen angreifen. So, rechts dran. Einmal nochmal Matilde. Oh, toll. So. Okay, jetzt taunen sie sich alle um den Schwarzen ein. Das heißt, wir können den Schaden schildern, sollten wir. Dann gehen wir auf den nächsten Mal. Einmal. Und auf. Kommen wir alle auf den Arm hier. Oh, das wäre echt gemein. Okay, Matilde halten. Zack. Wir machen den Unterfrau spratzen. Und wieder schildern. So, schauen wir mal. Ob wir den Chili jetzt ausrichten können. Oh, sehr schön. Oh, jetzt muss man auf diesen Schaden ein bisschen heilen. Ähm. Er hat die Operation Heimung. Die nehmen wir aus. Das ist ein Schaden. Zack. Oh, shit. So, alle wollen auf Matilde gehen. Kein Problem. Wir können noch ein bisschen leben. Zack. Ähm. Ja. Na, das ist ja auch ein Schaden zu vertreiben. Heilen, damit ist dann nichts passiert. Beziehungsweise, dass wir halt eben schön viele Punkte bekommen. Nein, ich habe vergessen, die Schaden zu geben. Gut, er geht Gott sei Dank auf den Roten. Das heißt, wir können nicht mehr so halten. Noch mal das gleiche Spiel. Hier auch voll halten. Gut, kriegen wir ihn dieses Mal um. Wir haben 167. Ja, das sollte eigentlich lang. Einmal. Ja, reicht der da. Sehr gut. Zack. Und der große Schlag. Drei Punkte, äh, drei Starne. Zusätzlich gibt es Sand und Vogelfutter zum Kobaltgestein. Sehr schön. Also, das war die nächste Runde in dem Bonusbereich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und, ähm, ja, wir sehen uns morgen zu einer neuen Runde hier bei Angry Birds Epic. Und, ja, ich wünsche euch alles Gute. Bis dann. Ciao, ciao.